Selten war es so anspruchsvoll, Vermögen zu schützen und zu vermehren wie in der heutigen Anlagewelt. Weil Zentralbanken die Märkte mit billigem Geld fluten, setzen Anleger vermehrt auf Sachwertinvestitionen wie Immobilien. Dies hat dazu geführt, dass Bestandsimmobilien mittlerweile nur noch im tiefen, einstelligen Bereich rentieren. Lust, eine andere Welt kennenzulernen? Willkommen in der Welt der Immobilienentwicklung mit Arsago. In unserer Welt gibt es noch satte Renditen bei überschaubaren Risiken. Arsago investiert nur dort, wo akute Nachfrage nach Wohnraum herrscht. Etwa in Sao Paulo, wo heute 1,6 Millionen Wohneinheiten fehlen. Das ist vergleichbar mit der Nachfrage im Babyboomer-Deutschland der 60er und 70er Jahre. Eigenheime sind in Brasiliens Wirtschaftsmetropole so begehrt, dass die 440 Einheiten unseres letzten Projektes binnen weniger Wochen restlos ausverkauft waren. Vor Baubeginn. Und das funktioniert so. Seit einigen Jahren existiert in Brasilien ein staatlich garantiertes Finanzierungssystem für Wohnraum, das Associativo. Es ähnelt einer Hybridfinanzierung aus dem Eigenkapital des Immobilienentwicklers und dem staatlichen Wohnbaukredit des künftigen Eigentümers. Wir von Arsago stellen gemeinsam mit Hausbau unserem Immobilienentwickler vor Ort sowie mit eingeladenen Investoren die Finanzierung für derartige Immobilienprojekte. Nach sorgfältiger Marktanalyse kaufen wir mit dem Kapital Bauland, projektieren, besorgen Bewilligungen, errichten maßgetreue Musterwohnungen und starten mit dem Verkauf ab Plan. Die staatliche Förderbank prüft die Kreditanträge der Interessenten und vergibt Hypotheken. Sobald die Mehrzahl der Einheiten verkauft ist, erteilt sie die Baufreigabe und erstattet unsere Investition. Anschließend wird gebaut, mit dem Eigenkapital und den Hypotheken der Käufer. Auf diese Weise fließen bereits während der zweijährigen Bauphase erste Gewinntranchen von der Förderbank an Arsago. Und weil wir nur sehr wenig eigenes Kapital einsetzen, liegt unsere Rendite im Normalfall deutlich über 30% pro Jahr. Arsago-Investoren profitieren von 50 Jahren Erfahrung vor Ort mit mehr als 8.000 fertiggestellten Wohnungen. Sie kommen in den Genuss eines regelmäßigen Reportings nach institutionellen Standards. Und sowohl Bauprojekte als auch Anlageergebnisse werden von Top 5 Revisionsgesellschaften überwacht und geprüft. Das ist unsere Welt. Interessiert? Dann folgen Sie uns. Weitere Informationen unter www.asago.com Langoneer Untertitelung im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020